Im heutigen Video geht es mal nicht um eine Shotgun, sondern um eine Pistol. Und zwar die Trials Pistol Vergebung. Erstmal, das ist mein persönlicher God-Roll, also ich habe genau den Roll, den ich unbedingt haben wollte. Mit fragile Fokussierung, bewegliche Zielscheibe, Prallgeschosse und Kleinkaliber oder auch weiter Lauf für die maximale Max-Range. Aber ich bin mehr der Fan von Kleinkaliber plus Massive-Range. Ich spiele Backup-Meg, weil, fragt mich nicht, ich stehe einfach drauf, mehr Schüsse zu haben. Kombinieren wir das Ganze mit der Sniper und wie auch hier, wie überall gilt, ey, nicht auf die Snipe-Shots achten, ja, dankeschön, die sind einfach nicht vorhanden. Dazu spiele ich wieder Ophidian und ich spiele auf dem Warlock auf dem Well. Ich bin nicht der Beste mit der Pistol, aber ich finde, man sieht ganz gut, dass auch wenn man nicht nur Headshots trifft, die Pistol extrem gut performt. Wenn euch das Video gefällt oder allgemein das, was ich hier auf meinem Kanal mache, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lassen könntet. Für euch ist es komplett gratis, es kostet euch hier rein gar nichts und mich unterstützt das extrem. Von daher, ich will nicht länger reden, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, let's go. Mein Melee wollte nicht. Der wollte mich, er hat mich nicht gefunden, finde ich gut. Oh mein Gott. What? Gut, das verliere ich. Wann, keine guten Shots. Wie er sich reingezogen hat. Ein paar Filo unten drin, aber gut, die wollen die Heavy, kann ich verstehen. Auf die Range. Nice Team. Auf dem Weg, hinter uns. Egal, ich will einfach... Nein, lass mich bitte auch die Heavy holen. Oh mein Gott. Ja, mein Ball, der Heavy. Ah, wo ist er? Ah! Was? Das sind mehrere, oder? Der ist oben weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte wieder runterfallen direkt und war verwirrt, dass ich nicht runtergefallen bin und meine Leertaste nicht will. Oh, das hat mich so verwirrt, ich habe so meine Shots gejokt, deswegen. Ich hätte safe und trade holen können. Bin da. Pistol ist schon gut. Die Pistol meldet schon gut. Okay, der muss sich erst erkennen, ich habe ihn trotzdem mitzgegangen. Habe ich das Special weg. Uuuuh. Das war die falsche Taste, ich habe aufgeladen und Melee überlegt. Will ich das eigentlich nicht, mache ich es trotzdem wahrscheinlich schon. Der will aber vor. Ja. Nein, der ist won. Ah. Immer noch vor mir. Unsichtbare sind echt schwer zu erkennen, vor allem wenn es hell ist. Ich bleibe dabei. Ah. Na gut, ich bin raus. Aber da kommt noch mehr. Kriege ich mal einen Ball runter? Nein. Ah. Ich hätte überleben können, aber ich wäre trotzdem gestorben wahrscheinlich. Ziemlich sicher sogar. Aber die Hoffnung war da. Ich gebe es zu. Oh. Jetzt nicht. Aber. Schnecke ich mir. Oh. Habe ich ihn da unten jetzt gesehen oder bin ich blind? Blind ist die Antwort. Ey, die Pistole schreddert. Oh, das ist heavy. Oh mein Gott. Ja, sowas in Art habe ich erwartet. Ich hätte gerne ein Team. Ah. Floaten ohne Nailsnack ist halt immer noch. Ist gut, aber nicht perfekt. Geschott. Das ist gar gut. Let's go. Nein. Nehm ihn dir. Hol ihn dir. Ich bin Arsch. Ich stehe dazu. Kommt vor. Kommt. Na los. Die wollen nicht. Ich verschreue. Ich frage mich warum. Der müsste direkt unter uns stehen, wenn ich den Ping richtig lese. Ich lese ihn nicht richtig. Ne, man hat. Boah, sogar auf die Range. Oh mein Gott. Aua, aber lass. Das hast du gemerkt, ne? Okay, das war frech von ihm. Ach, man float. Er will nicht aufhören manchmal. Nein. Ja. Was? Aber ich habe ihn. Mein Win. Ich bin auf dem Weg. Warte mal. Ich könnte mal eine Nails nacken, aber es ist mal eine Heal-Nail. Ich will eigentlich nicht auch. Fett. Das sind mehrere. Das sind Probleme. Dein Ernst? Ja, die Sparkle wird mich holen, ja. Geht, du bist weit davon, als ich dachte. Ja, ich bleib dabei. Floaten ohne Nails nacken. Ist jetzt... Na, 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 na. Ist gut. Aber es geht besser. Okay, das war einfach schlecht von mir. Oh Gott, danke schön. Wer ist noch mehr? Nein. 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 Ja, ich dachte, er ist dann doch weggelaufen. Ey. Ah. Schade. Aber selbst, also meine Shots sind nicht die cleansten. Trotzdem schreddert die Pistole die Gegner weg, muss man auch mal sagen. Das sieht man ziemlich gut. Man muss mit dem Ding nicht mal wirklich perfekt treffen. Man kann sie trotzdem saugut spielen. Oh Gott, ich hab... Da hat irgendwie mein Arm nicht bewegen können. Ich frag mich nicht, warum. Oh, das seh ich nicht an. Ich trade ich. Nein. Schlag doch den Linken. Ich wollte doch nur traden. Ey. Mann. Ich guck sogar rüber. Auto Melee. Schade. Ich hätt aufgeladen, den Melee machen sollen. Okay, der war One-Shot. Noch einer. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Könnt ihr aufhören, unsichtbar zu sein? Du wurdest besiegt. Kämpfer neun. Der Herrlichkeit ist der Schlüssel. Er ist von der Mapge... Aua, Fallen. Hey, lass mich doch mein Teammate auslachen. Mann. Also man sieht gut, dass man mit der Pistole jetzt nicht unbedingt alles hitten muss. Sie ist trotzdem extrem stark. Verdammt stark sogar. Das war ein besseres Match, als ich... Hä? Okay, hab jetzt das Nächste. Hat er nicht... Oh mein Gott. Feindlich nett, feindlich nett, feindlich nett, feindlich nett. Das macht auf T-Range One-Hick? Nein. Nein. Wieso hab ich mir jetzt ne Heal-Hit geworfen? Mein Brain hat grad so geleckt, weil ich seine Heal-Hit gesehen hab. Wie, wenn ich nen Titan sehe und denke, ich hab nen Schulter-Charge. Was ist los in meinem Brain? Ich sollte mal zum Arzt gehen. Ich hab vergessen, dass ich flotend drin hab. Oh mein Gott, ich... Dankeschön, will nicht gegen Fusion campen. Hey, hi, was geht? Oh, buddy. Ah, 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 meiner. Let's go. Wollt nicht rutschen? Frage ist, ne, doch, wird kommen. Wow, okay, die Tarabot hat nicht weggemeldet. Ich hab grad echt keine Ahnung. Ich versuche jeden Fight mit der Pistel einzugehen, um's zu testen. Auch die Fight, die man eigentlich nicht eingehen sollte. Warum, warum, warum kommst du so spät an, Schott? Diese Fusion, ne? Ah, das ist das aus Trials. Hab' ich auch nicht getestet. Ich hab' mir okay nen Roll. Ah, Gegner. Ah, noch mehr Gegner. Der wird weg. Oder er versucht mich auf 100 Meter zu Shotgunnen. Kann er auch machen. Nice. Im Smoke noch einer dahinter. Er kommt. Das ist ne Blindstürme, die mir nicht gefällt. Das ist ne Stürme, die mir auch nicht gefällt. Warte. Sad. Er kam dann doch. Sein Ernst? Was soll er denn nicht machen sollen? Glaub' langsam, der steht in nem Well. Bin mir noch nicht sicher. Geh mal mal einen gucken. Let's go, nice team. Der ist hinter mir. Oder auch nicht. Warte mal. Das ist ein Bogen. Warte, warte, warte. Nicht den Bogen mit nem Pistol-Challenge gucken. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ja. Was hat er gedacht? Dass ich ihm einfach blind rein renne? Wahrscheinlich, ne? Der ist doch ums Eck gewesen. Ja, keine Ahnung. Ich hätte dir geholfen. Hm. Oh, oh. Nice Teams. Oh mein Gott, da ist noch einer, aber. Na gut, hole ich ihn allein. Ah, da ist noch einer. Dieses Fusion. Ah. Das ist wieder so ein weirdes. Es werden alle Matches, die ich bis jetzt spiele, sind weird. Sagen wir's lieber so. Warte, wirklich das Problem? Vielleicht. Ja. Geslowed. Jetzt über mir. Warte, der ist weggelaufen. Nein, der ist noch da. Der Croucht noch. Oh, dankeschön. Ja, also, können wir nicht über die Idee reden, die ich hatte, auf die Ranges zu schießen und zu testen, ob's funktioniert. Lass mich in das Schild, lass mich auf zu floaten. Ich brauche, glaube ich, echt eine Brille. Irgendwie wieder so spät erkannt. Haha. Schade, man, buddy. Die Zonen sind dein Leben, Hüter. Kämpf weiter. Du schaffst das. Wieso habe ich 28 Defeats? Okay, das war ein weirdes Game. Ein Sieg. Erobere sie und eliminiere deine Gegner. Okay, also. Können wir das Erobere sie weglassen und eliminiere deinen Gegner behalten? Let's go. Oh. Guck, wie trifft die Nate, man? Ja, erober. Nein, Juggernaut. Ja, warte was. Dankeschön. Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft. Nichts. Ne, der ist oben. Alles gut, sind oben. Sind beide oben. Oh mein Gott, dankeschön. Aua, was hat mich da gehittet? Jane? Wahrscheinlich. Ich bin auf dem Weg, Team. Ich hab ihn gebuddied. Das ist unter uns, Wade. Ne, der ist oben drauf, sehe ich. Der ist dead. Zwei. Warte mal, der ist in mir schon. Oh, das ist aber dumm. Das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm, aber ich hab ihn. Ich bin eigentlich ziemlich dumm, jetzt reinzugehen. Ne, wo meint, hab ich nach oben geguckt. Was machst du? Wo bist du? Öh, da unten drin. Okay, weird. Die gehört immer noch uns. Der Vorteil liegt bei dir. Nice. Die gehört immer noch uns. Das ist sehr gut. Das ist frech. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich snack jetzt mal eine Nade. Gut. Tue ich's? Ja, warum tue ich's? Weiß nicht. Ah, da kommt er noch vor. Ah, der ist One-Shot. Nice. Oh, ne Mercy. Ich hatte seit Ewigkeiten keine Mercy-Rule mehr. Oh mein Gott. Ah, der war unten rein. So ein Team-Shot ist das Ding natürlich logischerweise ein Europäne. Ich wollte einfach nur ein Well auf ihn draufstehen, weil ich ein Arsch bin. Gott, die Nade flinscht. Lass mein Well am Leben. Dankeschön. Das war echt die erste Mercy-Rule seit Ewigkeiten. Ey, ich hab die beste Effizienz. Das ist natürlich auch Ewigkeiten nicht mehr. Die Pistol ist schon crack. Die Pistol ist richtig nice. Ja. In Team-Shot logischerweise noch stärker, aber auch in One-to-One. Selbst wenn man nicht so gut trifft, die ist richtig, richtig gut. Der Kuss. 视频-Weishot. Auf存